Wir erleben das leider ziemlich oft, dass der Hausbau deutlich teurer wird als geplant und viel länger dauert als geplant. Und das ist gerade bei so dem größten Projekt, das man als Privatperson unternimmt und wo man auch das größte Risiko trägt, was man jemals im Leben wahrscheinlich tragen wird aus finanzieller Sicht, wirklich schwierig und kann einen schnell in eine finanzielle Schieflage bringen oder einfach dazu führen, dass das Haus nachher einfach ein fauler Kompromiss wird, statt wirklich das Traumhaus. Und dafür habe ich euch heute vier konkrete Tipps mitgebracht, wie ihr das vermeiden könnt und wie es wirklich am Ende euer Traumhaus wird. Und damit herzlich willkommen zu Hausbautipps. Und wir starten mit Tipp Nummer 1, der da ist, die Planung mit einem Architekten machen. Haben wir hier auf dem Kanal schon öfter mal erzählt, ich möchte aber nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, weil man an diesem Beispiel sehr gut sieht, was oftmals beim Hausbau schiefläuft. Nämlich, wenn ihr euch vorstellt, wie das Ganze startet oder wie man vielleicht oftmals die Grundrissplanung beginnt, dass man vielleicht auf Pinterest oder in irgendeinem Hausbaukatalog oder sowas einen Grundriss findet, der mal ganz grundlegend zu dem passt, was man sich vorstellt. Dann ist aber trotzdem im Hinterkopf immer das, ist das jetzt der Grundriss, der es wirklich sein soll? Sollte ich daran noch was ändern? Man hat immer so das Gefühl, das ist noch nicht der finale Grundriss. Und das ist so das Schlimmste, was passieren kann, wenn man diese Unsicherheit bezüglich des Grundrisses durch die ganzen Phasen mitnimmt. Also noch durch die Bauantragsplanung, nach der Baugenehmigung und Bemusterung bis hin in die Bauphase hinein. Und das ist gar nicht selten, dass Bauherren auf der Baustelle noch einiges ändern oder geändert haben wollen. Das sind aber immer die teuersten Änderungen und die führen auch immer zu enormen Verzögerungen auf der Baustelle. Und man versteht es vielleicht selber gar nicht, weil man will ja noch irgendwas umgesetzt haben. Und hier kommt halt der Architekt ins Spiel. Weil wenn ihr mit einem Architekten plant, dann habt ihr, dann kauft ihr euch mit dem Architekten praktisch so eine Vogelperspektive ein, von jemandem, der dutzende Planungen pro Jahr macht und über seinen Berufslaufbahn schon hunderte Planungen wahrscheinlich gesehen hat und euch verschiedene Planungsvarianten und Optionen an die Hand geben kann, um dann das zu vereinen, was ihr an Platzbedarf braucht, was euch in Sachen Anspruch wichtig ist und Ästhetik vom Haus und eben auch euer Budget berücksichtigt. Und dann habt ihr von Anfang an einen Grundriss, mit dem ihr das Projekt wirklich komplett durchziehen könnt. Und nicht immer noch, ist da noch was, kann ich da noch was verbessern, passt das vielleicht noch nicht, wie wird sich das nachher anfühlen und so weiter. Sondern ihr wisst, das ist einmal von dem Profi, der sehr viele Planungen sieht, durchgeplant und zwar speziell auf eure Situation, auf euren Platzbedarf, euer Budget, euer Grundstück, sodass es eben zu den wichtigen Themen passt. Und das macht einen enormen Unterschied für die weitere Vorgehensweise, sodass man nicht erstmal ein paar Monate eigentlich in die falsche Richtung läuft, dann wieder korrigiert und so weiter. Sondern auch Kosten etc. schon richtig planen kann und zwar von Anfang an. Deswegen mit Architektplanen wirklich so das Allerallerwichtigste. Hier könnt ihr mal auf die Plattform a-better-place.de schauen und einfach mal gucken, welche Architekten zu euch passen oder ihr habt welche im Bekanntenkreis etc. Das ist eigentlich vollkommen egal, sondern wichtig ist, dass da eine saubere Planung gemacht wird. Und die könnt ihr ja dann mit einer Fertighausfirma oder einem Generalunternehmer umsetzen, wo ihr dann wirklich einen Festpreis bekommt, also mit dem Architekten im Vorfeld die Entwurfsplanung machen, Leistungsphase 1 bis 3 und dann die Umsetzung mit einer Fertighausfirma beispielsweise, wo man das dann in einer hochwertigen Bauweise machen kann und eben auch komplett individuell und zum Festpreis. Und das ist eigentlich dann so die beste Mischung, die man haben kann. Und das leitet dann auch direkt in Punkt Nummer 2 über, nämlich eine Kostenübersicht verschaffen. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Dinge, die man im Vorfeld unter einen Hut bringen muss oder die man im Vorfeld sich anschauen muss, wie zum Beispiel das Bodengutachten, wie die Grundstückssituation an sich ist, was natürlich für Baukosten zu erwarten sind, indem man sich dann konkrete Angebote einholt, aber auch eben für so Themen wie Einfahrtpflastern, PV-Anlage, vor allem, wenn die in manchen Bundesländern eben verpflichtend ist. Das muss man am Anfang auf dem Schirm haben. Und dafür kann ich euch unsere Baukostenübersicht empfehlen. Da sind über 100 Positionen zu den Baunebenkosten drin, die ihr wirklich mal für euer Bauprojekt durchgehen könnt und schauen könnt, was für euch am Grundstück etc. wirklich relevant ist und dafür dann die konkreten Kosten einholen könnt, sodass ihr einfach von Anfang an einen deutlich besseren Überblick habt, wo das Ganze irgendwo landen wird. Und das ganz Wichtige ist, dass man dadurch halt wirklich böse Überraschungen schon mal im Vorfeld vermeiden kann, weil ganz viele der bösen Überraschungen, die viele Bauherren erwischen, hätte man im Vorfeld schon sehen können, wenn man wirklich von Anfang an sauber Bodengutachten etc. macht. Natürlich gibt es immer ein paar Punkte, die wird man nicht auf dem Schirm haben können, weil es eben, wie gesagt, wenn man dann anfängt zu graben, vielleicht in der Erde doch nochmal anders aussieht oder ähnliches. Das ist aber wirklich selten. Und, und das ist der zweite Punkt, was eine klare Kostenübersicht am Anfang hilft, man kann wirklich einen guten Puffer planen. Weil wenn man schon viele Dinge auf dem Schirm hat, dann ist der Puffer auch wirklich ein Puffer. Viele, und das erlebe ich leider auch immer wieder, ich spreche ja mit über 1000 Bauherren pro Jahr und wir machen hunderte Angebotsvergleiche und Vertragsprüfungen und begleiten auch wirklich 500 bis 1000 Baustellen pro Jahr. und da haben wir immer wieder das Thema, dass wir halt sehen, ja, Bauherren haben sich am Anfang einen Puffer eingeplant, aber hatten ganz viele Punkte nicht auf dem Schirm, die man aber hätte auf dem Schirm haben können und dadurch wird der Puffer dann natürlich schon aufgefressen. Also der Puffer ist dann eigentlich gar keiner, sondern der ersetzt nur, dass man vielleicht sich um manche Dinge gar nicht richtig gekümmert hat im Vorfeld. Und dann kommen aber die Dinge, die man nicht vorhersehen konnte, die treffen einen dann besonders hart. Und das ist genau das, was man vermeiden will. Tipp Nummer 3 ist einen Marktüberblick verschaffen. Und das ist zweiteilig. Einmal, weil ihr dann eine gute Übersicht habt, was Bausubstanz angeht, was ist wirklich eine gute Fertigbauweise zum Beispiel, was sind gute Dämmstoffe, was ist eine gute Dachdämmung, was ist eine gute Heizungsanlage, Technik und so weiter. Dass ihr da wirklich einen guten Überblick habt und da kann ich euch unsere Ausstattungsliste empfehlen. Da sind auch dutzende Punkte drin, die ihr einfach mal für euch durchdenken könnt und gedanklich durchs Haus gehen könnt, um zu sagen, was möchte ich da drin haben, was ist mir wichtig von der Langlebigkeit der Materialien etc. Und auch so Themen wie, weil ihr ja in Baubeschreibungen oder in Angeboten, auch völlig unabhängig von der Bauweise, dann so Sachen lest, die erst mal gut klingen, aber vielleicht gar nicht so viel dahinter steht, wie zum Beispiel das Wort Edelputz. Wer jetzt bei Edelputz daran denkt, dass das ein hochwertiger Putz ist, der liegt halt falsch. Edelputz bedeutet halt einfach erstmal nur, dass es ein Oberputz ist. Alles andere, was das wirklich für ein Material ist, steht da nicht dabei und ist auch nicht dadurch durch das Wort definiert. Es kann auch ein Kunstharzputz sein, der halt sehr anfällig für Algen und Pilze ist und wo man dann nach einer gewissen Zeit, nach einer sehr kurzen Zeit, schon wieder neu streichen muss. Da wäre ein Silikonharzputz oder ein mineralischer Putz deutlich besser. Die laufen aber auch unter dem Namen Edelputz. Das ist dadurch noch nicht wirklich machbar und das ist das, wo wir gerne unterstützen können. Einmal eben mit dieser Ausstattungsliste. Da könnt ihr euch gerne bei mir melden. Einfach fertighausexperte.com-kontakt und schreibt mir einfach, dass ihr das Video hier gesehen habt. Dann bekommt ihr die Ausstattungsliste als kleine Aktion umsonst und wir können dann auch gerne mal über euer Bauvorhaben sprechen. Aber dann habt ihr auf jeden Fall schon mal so eine Grundlage, da habe ich auch ein Video dazu gedreht zu dieser Ausstattungsliste, wo ich die einzelnen Punkte mal im Detail erkläre und was irgendwo qualitativ besser oder schlechter ist und dann könnt ihr schon wieder deutlich bessere Entscheidungen treffen, statt wieder ein paar Monate in die falsche Richtung zu laufen oder gar nicht zu wissen, was ihr ja nicht wissen könnt und dann eben vielleicht erst mal was angeboten bekommt, was sich dann nachher, wenn ihr im Haus wohnt, aber herausstellt, dass es gar nicht so toll ist, wie eben der Edelputz oder auch der Schallschutz im Haus und so weiter, was übrigens auch unabhängig von der Bauweise ist. Auch beim Steinhaus gibt es eine Bauweise oder Steine, die einfach für den Schallschutz nicht gut sind. Und das sind alles so Punkte, die können wir gerne mal besprechen und da hilft euch diese Ausstattungsliste schon deutlich weiter. Und das zweite beim Marktüberblick ist dann natürlich die Einordnung von Baufirmen und Fertighausanbietern, sodass man auch ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommt, wer denn wirklich vergleichbar ist, sodass man halt wirklich auf einem Niveau vergleichen kann. Und da kann ich euch gerne anbieten, einfach mal über Erfahrungswerte zu sprechen, zu den Anbietern, die ihr schon so im Blick habt. Schreibt mir da einfach an fertighausexperte.com schrägstrich Kontakt. Wir bieten ja auch so ein kostenfreies Erstgespräch von 15 Minuten an, wo wir einfach mal über euer Vorhaben sprechen können und dann wie gesagt Erfahrungswerte zu Anbietern, zu Baukosten, zu Ausstattungsthemen, die euch wichtig sind, zur Vorgehensweise. Das können wir da alles durchgehen und damit habt ihr dann wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage, um die weiteren Schritte dann zu machen. Und Punkt Nummer vier sind dann die Baukontrollen, die man durchführt. Die machen den Hausbau halt auch nochmal deutlich besser und verkürzen eine Bauzeit und machen es hinten raus auch nochmal günstiger, als dass man nachher auf Themen sitzen bleibt, um die man sich dann wieder teuer selber kümmern muss. Weil nach einer Hausabnahme vielleicht erst was auffällt und eine Baufirma will dann nicht mehr zuständig sein und kümmert sich dann ewig nicht drum. Sondern wenn man eine saubere Rohbaukontrolle macht und die Rohbaukontrolle ist hier wirklich das Allerwichtigste, dann ist man in einer Situation, in der sehr viele Punkte im Rohbauzustand noch gelöst werden können. Und es ist halt so, wenn wir jetzt eine Rohbaukontrolle machen beispielsweise, die bieten wir übrigens bundesweit an, dann erstellen wir danach ein sauberes Protokoll mit allen Punkten, die bei dem Rohbau jetzt noch zu korrigieren sind. Und dann kann das in einem Aufwasch wirklich von der Baufirma gemacht werden. Statt, dass man selber über eine Baustelle geht oder mit Verwandten, die sich vielleicht in dem Thema ein bisschen auskennen, aber vielleicht nicht die Zeit dazu haben und dann mal am Wochenende kommen und dann schreibt man der Baufirma oder dem Bauleiter mal drei Punkte. Zwei Wochen später schreibt man nochmal drei Punkte. Der müsste jetzt aber wieder den Maler dann nochmal besorgen oder eben die Kollegen, die das dann machen auf der Baustelle, müsste der dann nochmal antanzen lassen und so. Und dann kommt da im Baufortschritt kein wirklicher Fortschritt oder Fluss rein, sondern man hat immer dieses Thema, ah da ist noch was und ah da ist noch was und ah da und da vergehen aber Wochen dazwischen. Und das ist deutlich besser, wenn man das einmal gesammelt macht, dann kann das korrigiert werden und dann hat man bei der Hausabnahme nachher das schöne Thema, dass die Punkte hoffentlich beseitigt sind und man gar nicht mehr über große Gutschriften oder irgendwelche Einbehalte verhandeln muss, sondern dass das Haus schon so passt, wie es sein soll. Weil das muss ja immer das Ziel sein. Und dass man eben dadurch dann auch insgesamt eine bessere Bausubstanz und Bauausführung bekommt, weil eben auch die Abdichtung etc. gut gemacht sind, weil sich eine Firma dann eben auch darauf konzentrieren kann, die Dinge abzuarbeiten, die da sind und sich dann aber wieder um das zu kümmern, dass es weitergeht. Statt hier noch was zu löschen und da ein Feuer zu löschen, das merkt man ja vielleicht selber aus der täglichen Arbeit, wenn man irgendwie, weiß ich jetzt nicht, im Management ist und man hat eigentlich so ein paar Dinge, die man vorantreiben will, man muss aber ständig irgendwo anders Feuer löschen, dann wird es schwierig und dann kommt man mit den richtigen Projekten auch nicht voran. Und genau so ist es beim Hausbau auch, dass man nicht wirklich vorankommt, wenn man ständig irgendwo nur die Fehler korrigiert und dann werden die Projekte oder die Gewerke, die dann anstehen, werden dann auch nichts. Und das ist genau das, was man vermeiden muss und wodurch eine Baukontrolle oder wo eine Rohbaukontrolle im Speziellen wirklich viel beitragen kann. Und da können wir gerne, wie gesagt, auch bundesweit unterstützen. Wenn ihr jetzt schon vor der Bauphase steht oder kurz vor Baubeginn, dann schreibt uns gerne an baubegleitung at fertighausexperte.com und dann können wir gerne euch bei Rohbaukontrolle und Hausabnahme unterstützen. Übrigens auch unabhängig von der Bauweise, also auch gerne, wenn ihr ein Steinhaus baut oder ein Liapor-Blähtonhaus oder ein Betonhaus oder ein Holzständerhaus oder Massivholz oder was auch immer. Wir können da wirklich gut unterstützen. Wir haben mittlerweile ein großes Team aufgebaut an Baubegleitern, die dann aus dem Holzbau kommen, in der Fertighausbranche, Bauleiter zum Beispiel waren oder eben auch im Steinhausbereich. Also da können wir gerne in allen Phasen unterstützen. Und ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen, einfach mal vier Punkte zu haben, wodurch man es vermeiden kann, dass ein Bauvorhaben wirklich deutlich teurer wird als geplant und länger dauert als geplant, weil das kommt schon wirklich sehr, sehr häufig vor und vielleicht hat man, gerade wenn man am Anfang in so einen Musterhauspark geht, wo erstmal alles sehr, sehr rosig und toll gesagt wird und jede Firma ist die beste und so weiter, das ist halt immer erstmal das, was schwierig ist oder wo man die Gefahr eingeht, dass einfach vieles erstmal nicht auf dem Schirm ist und viele Dinge könnt ihr ja auch gar nicht wissen, weil es immer dieses Thema ist, dass man sich das alles selber aneignen muss und das ja das erste Mal ist. Und das muss aber nicht sein, sondern ihr könnt euch Unterstützung von einem Architekten, von Bausachverständigen holen. Gleiches gilt zum Beispiel für eine PV-Anlage, dass man da mit einer guten Fachfirma spricht, um dann Speichergröße, Wechselrichter und sowas einfach passend zu wählen und das sind so dieses, denkt euch das immer als kleines Beratungsteam für einfach das größte Projekt, was ihr im Leben aus finanzieller Sicht wahrscheinlich angehen werdet und dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Also schreibt mir gerne, wenn ihr über euren Hausbau sprechen wollt und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was bei euch so zu Verzögerungen oder zu höheren Kosten geführt hat und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.